Ein Lied. Was soll ich heute bloß wieder kochen? Keine Linse darf ich kochen, Bohnen, Auflauch oder Fisch und kein Kotelett mitmachen, noch kann ich bringe auf den Tisch. Na, dann mach ich halt wieder wie jeden Tag los, Kartoffelsalat, Spätzle mit Soos. Koch mit heut zum Essen Linse, ja, dann ist es gar keu, frag, das am Tisch na einer dumm guck, das ist mein Sohn, weil der's net mag, mach ich jetzt dagegen Bohnen, na verdruckt sie zwar, mein Sohn, doch mein Tochter macht ne Zicke, denn die ist gar nicht gewohnt. Mit nem Auflauch, Nussprick und mit nem Wille, Süßle, Tra, damit kann ich ja net die lande, denn die Speiser fäst mein Naht. Was soll ich bloß heute wieder kochen? Das frag ich mich täglich seit Wochen, denn was ich auch bringe als Gericht, es gibt immer ein langes Gesicht. Keine Linse darf ich kochen, Bohnen, Auflauch oder Fisch und kein Kottlitz über Knochen, denn die bringe auf den Tisch. Na, dann macht ihr halt wieder wie jeden Tag los, Kartoffelsalat, Spätzle und Soos. Ja, und net amal am Freitag, darf ich bringe auf den Tisch, Goldmarschkabel, ja und Hering, denn die Oma mag kein Fisch. Und versuch ich mit dem Kotelett, wo der Knochen ist noch dran. Gell, dann meuntert unser Opa, weil er den net nager kann. Schimpft, was soll ich denn bloß machen mit dem Knochen da? Oh nein, hat denn keiner wie Verständnis? Weiß doch du mal ohne Zähne. Soll ich bloß heut wieder kochen? Das frag ich mich täglich seit Wochen, Denn was ich auch bringe als Gericht, Es gibt immer ein langes Gesicht. Keine Linse darf ich kochen, Bohnen, Auflauch oder Fisch und kein Kotelett mit dem Knochen, kein Ibringer auf den Tisch. Na, dann mach ich halt wieder wie jeden Tag los. Ja, ein herzliches Willkommen an die späten Gäste, die den Abend ja schöner machen. Ja, wir hatten ja vorhin erwähnt, hier die Stadt Ulm, Ulm an der Unterwohner, in Ulm und um Ulm und um Ulm herum. Da hätten wir doch bitte das Bild mit den Ulmer Persönlichkeiten. Die Persönlichkeiten aus Ulm. Ja, das liegt ein bisschen, ob man es gut sieht. Wer kennt diese Herrschaften? Wer ist das? Richtig. Wer ist das? Wer ist das? Also, Katharin hat gepetzt, das ist mein Vater. Gut aussehend wie der Sohn. Seliger Sohn. Ja, übrigens ist so wichtig, als auch mein Vater war im Zeitpunkt der Aufnahme 25 Jahre alt. Ja, Einstein. Die Familie Einstein stammt aus Oberschwaben, aus der Nähe von Bad Schussenried und sind da seit dem 16. Jahrhundert als Einstein mit AI wohlbekannt. Und Albert Einstein ist eben hier 14. März 1879 in Ulm geboren. Hildegard Knef, am 8. Dezember 1925, sie hat ja behauptet, sie sei in der Stadt nie wieder in Ulm gewesen, was nicht stimmt. Sie ist aber mit einem halben Jahr alt, also halbes Jahr alt, im Frühjahr 26, mit ihrer Mutter nach Berlin gekommen. Und gleich da hinten in der Leberstraße, weil nämlich der Vater an einer Sufilis gestorben ist und die dann Bipfel war die Mutter und die kleine Hilde war dann halbweise. Und mein Vater ist am 12. März 38, steht in jedem Geschichtsmuch, da war nämlich der Antrieb Österreichs, das Deutsche Reich geboren, auch in Ulm, ich war auch mal im Geburtshaus und hat dann später woanders, also ich meine in den Kirchen von Linsburg gelebt. Mein Vater wird heute nichts singen, aber natürlich werden diese beiden Persönlichkeiten wie in der Stellvertretung auftauchen. Albert Einstein hat ja begeistert Geige gespielt und er ist zwar 1955 gestorben, aber es ist ja Albert Einstein, deswegen ist er nur relativ tot und nachher bei uns zu Gast. Aber bevor Albert Einstein kommt, kommt erst mal Vanessa Karma und die hat uns was von Hildegard Knef mitgebracht. Guten Abend, freut mich sehr hier zu sein bei diesem kulinarischen Abend und es ist für mich eine Ehre, zwei Lieder von der großen Hildegard Knef zu singen. Sie ist, ja, also ein kleiner Ungeboren und dann zum Weltstar geworden und, ja, eine sehr inspirierende, starke und sehr mutige Frau gewesen und, ja, ich möchte jetzt das erste Lieds. Auf dem Schulweg, den wir täglich machten, sehe ich als, ob's heute wär vor mir und wir klauten auf dem Beet vom Bahnhof für die Mutter den Geburtstag Strauß. In dieser Stadt kenn ich mich aus in dieser Stadt war ich mal zu Haus Wie sieht die Stadt wohl heute aus In dieser Stadt war ich mal zu Haus Zwischen zwei verdunkelten Laternen stand ne Bank, mein erster, der hieß Fritz Ich wollte gern von ihm das Küssen lernen Aber seine Küsse waren ein Witz Morgens grübelnd hinter blinden Scheiben Wusste ich nur eines Ich will raus In dieser Stadt kenn ich mich aus In dieser Stadt war ich mal zu Haus Wie sieht die Stadt wohl heute aus In dieser Stadt war ich mal zu Haus Eines Tages stand ich dann am Bahnsteig An dem Schienentor zur großen Welt Und ich wusste plötzlich an dem Bahnsteig Dass mich nichts an dieser Stadt mehr hält Kaum noch aus In dieser Stadt kenn ich mich aus In dieser Stadt war ich mal zu Haus Wie sieht die Stadt wohl heute aus In dieser Stadt war ich mal zu Haus Vielen Dank Ich glaube immer wieder an dieser Textstelle Ja, Hildegard Knef Ich möchte zwei Zitate vorlesen Die man über Also Die Von der man Oder was man gesagt hat über sie Die New York Times hat geschrieben Die Knef gehört zum Besten Was je aus Deutschland gekommen ist Und Ella Fitzgerald sagte Sie ist die größte Sängerin ohne Stimme Ja Von daher singe ich jetzt gleich noch eins Bravo Bravo Eins und eins Das macht zwei Drum küss Und denk nicht dabei Denn denken schadet der Illusion Alles dreht sich Dreht sich im Kreis Und kommst du mal aus dem Gleis Was eben Erfahrung Anstatt Offenbarung Was macht das schon Der Mensch an sich ist einsam Und bleibt verlassen zurück Sucht man sich nicht gemeinsam Ein kleines Stück von dem Glück Dem Glück, dass man mit Füßen Ein ganzes Leben lang trat Das man mit ein paar Küssen Plötzlich zu Hause hat Eins und eins Das macht zwei Ein Herz ist immer dabei Und wenn du Glück hast Und wenn du Glück hast Dann sind es zwei Das Rezept wird niemand erfinden Das wird niemand ergründen Mal bleibt's fürs Leben Und mal ist es eben bloß Liebelei Der Mensch an sich ist feige Und schämt sich für sein Gefühl Dass es bloß keiner zeige Weil die Moral es so will Doch wenn im Fall des Falles Er sich im Dunkeln versteckt Der liebe Gott sieht alles Und hat ihn längst entdeckt Eins und eins Das macht zwei Drum küss und lächle dabei Auch wenn dir manchmal zum Heulen ist Glücklich ist, wer das heute genießt Und das, was vorbei ist, vergehst Es kommt, wie es kommen muss Erst kommt der erste Kuss Dann kommt der letzte Kuss Dann der Schluss Vielen Dank Vanessa Kalmer Für Hildegard Knef Ich habe noch zwei Zitate Von Hildegard Knef Zwei Zitate noch von Hildegard Knef Das Glück kennt nur Minuten Der Rest ist Datenraum Auch von Hildegard Knef Ich frage mich, warum heute Hinsichtlich der Sexualität Alles so sportlich geworden ist Und ein letztes Brüllen Frauen sind sie hysterisch Brüllen Männer sind sie dynamisch Sie waren eine Feministin Dankeschön Es ist natürlich nicht verwunderlich Dass der Hildegard Knef aus Ulden stammt Muss ja logischerweise Ihre Zwillingsschwester Irmgard Knef Auch aus Ulden stammt Irmgard Knef Dürfte sicherlich Der einen oder dem anderen Ein Begriff sein Ich singe jetzt Ein kleines Lied Einen langsamen Walzer Mit nicht sehr viel Beat Ein schlichtes Wunderschönes Lied Das immer wieder zieht Der Text handelt im Großen Ganzen Von schönen Blumen Von dornigen Pflanzen Die einfarbig sind Und vor allem niederschlagartig Vom Himmelsunfallen Es geht darin Um's Großsein Um's Siegen Um's Stilles Wollen Um Frohsein Die Bescheidenheit Kommt nicht Dün vor Ans Herz geht Und ins Wort Und dann Kommt die berühmte Stelle Für alle Rosenverkäufer Die Hölle Die Vorstellung Bringt sie ins Spitze Sie blieben dann Kann auf der Waage ja sitzen Oh Hagebutte Oh Blüte Wenn's schüttet Dann denkst du Oh meine Güte Mein Wunsch Kehrt sich um Zum Fluch Den Abstellknopf Ich hätte so Doch regnet es dann rote Rosen Dieselt es niemals in kleinen Dosen Ein Schirm hilft dir dann auch nicht weiter Nach einem Wunsch Die Welt Die Lachen Das Leben Und die Kunst Vielen Dank So genau Ja wir waren jetzt bei Albert Einstein Und da ist es ja so Der hat sich mal im Jahre 1945 In der Teilen Enkel Bernhard Riefold geäußert Es freut mich Dass du nun so ein reges Interesse An der Musik hast Pflege es gut Es gibt keinen besseren Begleiter In diesem Leben Ich kann mir mein eigenes Leben Ohne Musizierung Überhaupt nicht denken Und habe in allen schweren Stunden Und auch in frohen So gut mit mir In der Welt fertig werden können Weil ich stets Diese Zuflucht gehabt habe Die einen frei Und unabhängig macht Ja Einstein mochte Mozart Bach und Schubert Wagener von der Widerwärtige Und ja es ist ja alles Relativ nicht wahr Und wie gesagt Albert Einstein 2.0 Ist heute hier noch relativ tot Und spielt etwas An der Geige Da musst du noch kurz hier aufbauen Braucht ihr auch keine Notenständer Macht euch was noch was Also ich hätte ja gedacht Das war erst mal eine Filmzeile Ach ja Stimmt Es steht nur in meinem Ablauf Du kannst das alles anders feststellen Während kannst du nicht Die Notenständer aufbauen Da haben wir noch Einen kleinen Film Und man beachtet wie Einstein spricht bei der Funk-Ausstellung 1930 Und beachtet wie er Liebe Anwesende sagt Dieses Anwesende ist sehr sehr schwäbisch Wir hatten das vorhin auch Bei den Ritter Sportwerber Verehrte Arme und Abwesende Wenn ihr den Rundfunk hört So denkt auch daran Wie die Menschen In den Besitz Dieses wunderbaren Werkzeuges Der Mitteilung gekommen sind Der Urquell Aller technischen Errungenschaften Ist die göttliche Neugier Und der Spieltrieb Des bastelnden und grübelnden Forschern Und nicht minder Die konstruktive Fantasie Des technischen Erfinders Ja, die konstruktive Fantasie Also, das ist Schwämischer geht es nicht mehr Bitte jetzt Albert Einstein An der Geige Und es ist ja wie gesagt Albert Einstein Es ist was von Kreisler Aber eben nur relativ Kreisler Nicht Georg Kreisler Sondern Fritz Ich mache das Ich mache das Ich mache das Ich bitte auf die Bühne Ich bitte auf die Bühne Danke schön Herr Katharin kann nicht nur singen Katharin kann auch singen Ich bitte auf die Bühne Ich danke vor duest Musik Na, vielen Dank, Albert Einstein, 2.0, nur relativ gut. So, meine Damen und Herren, urhexuelle Zwischenstufen, an dieser Stelle kommt jetzt, wir sind eigentlich jetzt so gut fertig, aber es kommt natürlich noch das vergessene Gedicht, bevor dann alle Künstler nochmal auf die, wie heißt dieses Teil hier? Ach ja, Bühne, genau, Bühne, Bühne kommt. Ja, ich hätte doch gerne bitte das Bild von dir, richtig, da ist er schon. Wer ist das? Zeig mal. Vielleicht weiß es Fanny. Ja, das ist der DDR-Kultusminister. Der war mal sowas wie Minister. Richtig, er stammt zwar aus München, aber dieser Herr Johannes R. Becker war mal DDR-Kulturminister und wir haben jetzt auch den queeren Bezug, der ist mal in den 50er Jahren, also vor dem Bau der Mauer in West Berlin auf einer Klappe erwischt worden, der war bisexuell und er hat sich in den 30er Jahren mal in Nürtingen am Neckar aufgehalten, das Nürtingen, was wir vorhin schon da mit Hölderlin hatten, und ein Gedicht geschrieben. Dieses Gedicht wurde 1961 in der Nürtinger Zeitung veröffentlicht und der Redakteur hat dazu geschrieben, es ist wunderschöne Lyrik, wir wissen aber nicht, von wem es stammt, vielleicht kann einem der Leser helfen. Das war also, Becker war im Westen in den 60er Jahren total unbekannt, wenige Jahre zuvor der DDR-Minist. Und es gibt also ein Gedicht mit dem Titel Der Neckar bei Nürtingen. Die Ufer sind so flach, dass auch die Wiesen sanft mitzufließen scheinen mit dem Fluss. Ein uferloses, reines Überfließen, ein Überfluss, drin alles mitziehen muss. Die Apfelbäume blühen, ein weicher Schimmer liegt über dem Land. Es blüht aus hier heraus, still, nur der Fluss, das Blühen. Ich wünsche mir immer, möchte ich hier sein, hier ganz zu Hause. An einem Holztisch sitze ich in der Laube und schenke mir einen aus einem hohen Krug. Die Nacht, wenn ich auch nicht an Gott mehr glaube, ist wundervoll und rätselhaft genug, O Nacht, belebt von Sternen, Mond und Wind, ob ich dich, Neckar, jemals wiederfinde. So, und zum Abschluss, wir sind jetzt nämlich durch, zum Abschluss bitte ich doch alle Künstler des Abends. Halt, halt, halt. Habe ich noch was vergessen? Ja, ich hätte hier noch ein Video in der Liste von einem Herrn Gerhard. Ach ja, richtig. Ach ja, richtig. Wir haben, ich spanne ja gerade einen Bogen thematisch in meiner Show hier, in diesem Fall von Osten nach Westen. Augsburg, wir hatten es mit Recht, ist am östlichen Ende des schwäbischen Sprachraums und Freudenstadt ist am westlichen Ende des schwäbischen Sprachraums am Rande des Schwarzwaldes und dieser Künstler, der in Freudenstadt wohnt, der konnte leider nicht kommen, aber er stellt uns jetzt ein Video, seine Heimatstadt, eine Freudenstadt vor. Zwei Hinweise, erstens, es ist ernst gemeint, zweitens, schaut ihm in die Augen, man kann die Schädelrückwand sehen. Vielen Dank. Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren, am Mikrofon begrüßt Sie nun recht herzlich, Ihr und Euer Gerhard Müller. Wir befinden uns nun auf dem Marktplatz in Freudenstadt, drehen hier ein Video, zumindest die Hintergrundbilder und im Hintergrund sehen Sie auch das Stadthaus von Freudenstadt. Hier sollte ursprünglich ein Schloss errichtet werden und wir drehen hier halt nun ein Video und aus meinem neuen Album hören wir nun ein Lied. Viel Spaß dabei. Schon seit Wochen freu ich mich darauf, heute steigt ein Fest, die Sonne, sie geht auf. Und nun fahren wir in die Stadt, mit guten Freunden, mit guten Freunden feiern wir nun ab. Sommerparty in der Stadt, gemeinsam machen wir die Sonnenblatt, und dann zu viel Sonnenblatt, und dann zu viel Sonnenblatt, schlechte Laune, keine Chance hat. Gute Stimmmusik kommt auf, nun die Band, die spielt nun fröhlich auf. Sommerparty in der Stadt, und wir alle sind gut drauf. Alte Lieder, neue Eindrücke, Menschen kennenlernen und Neues erfahren. Gutes Essen und guter Wein, dann lässt sich's fröhlich beieinander sein. Sommerparty in der Stadt, gemeinsam machen wir die Sonnenblatt, und dann zu viel Sonnen satt, schlechte Laune, keine Chance hat. Gute Stimmmusik kommt auf, und die Band, die spielt nun fröhlich auf. Sommerparty in der Stadt, und wir alle sind gut drauf. Sommerparty in der Stadt, gemeinsam machen wir die Sonnenblatt, und dann zu viel Sonnenblatt, und dann zu viel Sonnenblatt, schlechte Laune, keine Chance hat. Gute Stimmmusik kommt auf, und die Band, die spielt nun fröhlich auf. Sommerparty in der Stadt, und wir alle sind gut drauf. Die spielt nun schwedisch, die lieb schaffend, von Recht bis Gerhard Möller, wie auch immer. Was für die Inklusion tut das, das ist gut. Ja, 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 unbedingt, unbedingt. Übrigens hat Freudenstadt den größten Mautplatz Deutschlands, wir hatten hier ein bisschen gesehen, unnützes Wissen mit Mimi Milano, und jetzt bitte ich alle Künstler dieses Abends nochmal auf die Bühne, für eine kleine kleine Zugabe. Da haben wir noch ein kleines Lied vorbereitet. Herr Einstein, Frau Fanny, und Katharin, und natürlich Vanessa. Ach, wir singen mal was anderes. Wir singen heute nicht in Spanien getauert, ungefähr in einer schwäbischen Schule. Kannst du mal vorsingen? Schaffe, schaffe, Häuße bau, und nicht nach dem Mädel schau, und wenn unser Häuße steht, dann gibt's doch keine Ruhe, dann sparen wir, dann sparen wir für die Ziege und ne Kuh. Nochmal! Schaffe, schaffe, Häuße bau, und nicht nach dem Mädel schau, und wenn unser Häuße steht, dann gibt's doch keine Ruhe, dann sparen wir, dann sparen wir für die Ziege und ne Kuh. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommt gut nach Hause, ihr müsst doch nicht gleich gehen, ihr könnt doch einen Absager nehmen. Ich bin zum Anfassen gleich noch im Topfbereich, und Katharin möchte noch etwas sagen. Ja, wir bedanken uns natürlich ganz besonders herzlich bei Mimi Milano! Die Grünen! Aplausos Vielen Dank.